was zur ja es geht weiter ich habe beim brunnen was übersehen ich gebe erneut zu ich bin blut und dünn aber ratet mal wie lange es gedauert hätte bis ich das gefunden hätte hier kann man wohl irgendwie drücken dann bewegt sich das ding da weg gehe ich mal von aus ja okay warum auch immer sie diese geheimgänge hier in den garten eingebaut haben aber offensichtlich liegt das jemand für eine gute idee und ich will ihm da nicht widersprechen denn ohne würde ich jetzt ziemlich doof dastehen also nose eigentlich ich muss da unten mein mikrofon verschieben es tut mir leid es finden mikrofon verschiebungen statt mikrofon verschiebung der dunkelheit what a thrill du 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 munitions die mag ich du 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 und noch ein hebel und der macht was ja der öffnet die tür tja alter mann hättest du von diesem geheimgang wussten hätte es mir wohl mehr als nur insektenspray in die augen gesprüht was auch immer er mir sonst in die augen gesprüht hätte weil ich bezweifle dass er irgendwelche anderen substanzen als insektenspray dabei hätte gehabt hat pups und so ich habe das gefühl ich bin hier auf der falschen ja marco wird böse wenn marco nicht sofort aus diesem garten raus kommt wird marco böse marco ist gamer gamer vertragen keine garten schön dass hier noch alles funktioniert obwohl wir in strom ab Prozent ausgestattet haben anscheinend wurde er wieder angeschaltet diese mistfiecher bleibt stehen du elektriker was zur hölle ja ich vermute wir werden gleich ein paar kämpfe absolvieren müssen oder müssen wir können wir erster tschüss ich hoffe es stört dich nicht dass ich abhau ich finde ich zwar ganz ansehnlich aber möchte keine chance ich muss erst starker werden oder was kann ich da rein wäre auch zu schön gewesen nope und ich baue mauer was ist denn hier los in roisba town gerade ok hier ist nichts kann ich von hier aus irgendwo hin ist hier irgendwo ein brunnen an dem ein versteckter schalter ist nope es wäre noch die andere seite offen hallo wie ich sehe kannst du treppen laufen ich weiß nicht ob mir das gefallen sollte sieht jetzt auch nicht unbedingt so aus das moment mal moment mal oh munition die ist ja mich aufregt ich könnte ausrasten Ähm Nein Okay Ich schätze mal, wir müssen dann doch kämpfen Oder hat das Ding hier irgendeine Relevantnis? Nein Ah, Moment mal Kann ich da Nö, ich dachte Hätte ja sein können Ah, da hinten Das ist eine Leiter Die ist aber so teilweise ein kleines bisschen kaputt Muss man schon zugeben Soll ich? Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es eine gute Idee ist Lassen wir das mal Mich kriegst du nie, du scheiß Mutant Nimm das Es reicht mir Kehr dahin zurück, wo du herkommst Penner Nimm den hier Bud Spencer Original Kick Speziell gegen Mutanten Getestet Schön, ne Ich hab da hinten im Augenwinkel gerade was gesehen Was What the fuck Was seid ihr für welche? Ähm Nehmt das Ihr scheiß Mutanten Nein Okay Anscheinend ruft das nur weitere Mutanten auf den Plan Wenn ich den einen töte Vielleicht soll ich alle ausräuchern So, jetzt kommen die beiden Bälle Denen auch nochmal was verpasst mit dieser tollen Waffe Du hast dich da falsch rumgekugelt Ähm Gut, zumindest Okay Kommen weitere? Ah, Moment Die kommen aus den Rohren Das heißt Das könnten noch so viele sein Na Ja, okay Dann ist es vielleicht nicht so gut Wenn ich die auf mich aufhetze Vor allem bringt es mir dann vielleicht auch gar nichts Hallo Mutant Weißt du zufällig wie ich weiterkomme? Ich frag nur Da oben wär halt wie gesagt ne Leiter Aber ich wüsste nicht wie ich auf die Leiter drauf kommen soll Ich kann nicht auf die Käfige Ich komme praktisch nirgendwo auf ne Jetzt stürmerlich Ich komme praktisch nirgendwo auf ne erhöhte Position Nicht machen Komm, töte mich Ich werd dann das nächste Mal nicht den einen töten Weil das ziemlich sinnlos erscheint Ja, gut Dann lade halt einfach Ich verschone dich Bisschen freundlicher Aber so einmal Bitchslap geht schon ne Einmal Bitchslap hier So, tschö Tschö hab ich gesagt So, ähm Ja, alle Bitchslaps die ich verteile Ändern nichts an meiner generellen Situation Die relativ düster aussieht Ich bin mal kurz weg Ich guck definitiv nicht in den Walkthrough Versprochen Ne, ich kann doch nicht Ich kann doch nicht in jedem Raum in den Walkthrough gucken Was ist denn das hier Das Tomb Raider 3 Da hätte ich besser je What the fuck Hab ich gerade wirklich was entdeckt Das mir helfen könnte Im weiteren Verlauf Meines Lebens Geil Geile Scheiße Oh klar, ja Okay Wir wissen jetzt endlich Wie man schnell Treppen hochkommt Das bringt uns aber hier jetzt auch nicht unbedingt weiter Kann ich da hoch? Ne Der da oben ist ziemlich pissig Ich weiß nicht Ähm, ich schaue mich um und wir sehen uns, wenn ich irgendwas finde Dieses Mal aber ohne Unterstützung Moment mal Ja, ich müsste Ich müsste Es ändert nichts dran Ich müsste an die Leiter, die kaputt ist Was soll das denn? Was war das denn jetzt für eine behinderte Umarmung? Ich will zu der Leiter, die da kaputt ist Naja, wir sehen uns Hi Leute Ähm Ja, wir haben den da aufgestachelt Und es wird wahrscheinlich gleich mal ein Tod sein Ich kann direkt mal neu laden Und dann zeige ich euch, was ich gefunden habe Ähm Hat ziemlich lange gedauert Bitte nicht angreifen Aha Keine Ahnung, wieso ich gespeichert habe Nachdem ich den Typen aggressiv gemacht habe Aber naja Seht ihr das da? Ja Ich vermute mal Das ist so gedacht, dass man da hochklettern kann Nur ich habe ein Problem Ähm Dass sie automatisch loslässt Wenn sie ausnahmweise mal dranhängt Auch das geschieht nicht allzu häufig So Gut, man müsste Ich danke den Machern der Kap... Ja Komm Runter Wir killen das Mistvieh jetzt einfach Oh nö Es kommt schon von allein runter So Du läufst in die Richtung Ich möchte mir jetzt das Ding da gerne mal ansehen Ja Naja In die Richtung vielleicht Alles was ich will Ist mich an dieses verdammte Kabel da Okay Jetzt springt sie durch oder was Oder stand ich da nicht Ich stand da nicht Oh Gott, sie hält sich fest Puh Ja Ich vermute mal Hierdurch gelangen wir dann zu diesem Ventil, das wir drehen müssen Na gut, alles andere wäre ziemlich komisch Ventil Fühl dich durch mich gedreht Was das jetzt wohl auslöst Ähm Gar nichts Okay Von mir aus halt Gar nichts Ah, da ist noch ein zweites Okay Okay Warum auch immer ihr zwei Ventile hattet Die man drehen muss Damit ein bestimmter Käfig Geöffnet wird Und dann auch noch der kaputte Ähm Unser Freund da unten wartet auf uns Ich würde gern speichern Bevor ich mich fallen lasse So, la Jetzt lass dich bitte fallen War keine gute Idee Warum hängt ihr dann die Leiter dahin? Ah, Gott Ich tyrannisiere ihn jetzt Über die verschiedenen Save-Games hinweg Okay Ich dachte jetzt eher so an Noch ein bisschen runter So weit runter, wie es halt geht Dann fallen lassen Okay, geht ja Yay What the fuck Wahrscheinlich gehe ich erstmal Lieber an Land Ich möchte kaum wissen Was sich dort befindet Ist das jetzt ein neues Level Oder hab ich, äh Bin ich noch im alten Das Genforschungslabor Willkommen zurück Hust Marco hat sich mal wieder beschwert Und Er musste kurz angenommen werden Das hab ich dann getan Ja Sehr toll Oh mein Gott Ähm Ich möchte gerne Ist nicht so, als würde es mir hier unten nicht gefallen Lieber Mutantilein Es ist nur Lass mich raus Geh dahin nicht Hallo Mutantilein Ich hoffe du hast nichts dagegen Dass ich hier In deinen Gefilden herumschwimmen Oh So Es ist jetzt der Zeitpunkt Wo du am besten da oben hoch gehst Ja Genau da Die Hand Dann diese Ich ahne Schlimmes Hallo Nichts dabei Hättest du mir wenigstens was mitbringen können Ja Ist voll unfair Ich frag mich Ah ne stimmt Wir haben ja unsere ganzen Waffen verloren Ich wollt grad sagen Ich frag mich Wieso wir so unglaublich viele Waffen dabei haben Wenn die Kerle sowieso so schnell tot sind Aber Wir haben ja die ganzen Waffen verloren Die ist zu Zumindest noch Ich vermute ja fast Dass man sie gleich öffnen wird Das ist aber nur so eine Vermutung Ein bisschen daneben Hier ist so einiges ein bisschen daneben Yay Leben Yay Unendlich Munition Die ich niemals gebrauchen werde Hurra Ich frage mich Ob ich nochmal Zusätzliche Waffen praktisch dazu bekomme Oder ob es das jetzt war Mit ihren Handfeuer Waffen Weil momentan hab ich ja nur diese komische Waffe Die ich hier von Cross Apartment bekommen hab Und meine beiden Vollautomatischen Runterplätscher Blups Vielleicht dieses Mal einfach versuchen Die Leiter zu erreichen Ja okay Das macht mir die Sache hoffentlich Um einiges einfacher Hat sie nicht normal Eine Ausdauerleiste Wobei ich weiß nicht Ob das bei Leitern auch ist Lara Nach vorne bitte Tritt die Scheißtür ein Man kann sie auch öffnen Hier bin ich ja ganz woanders Okay Ich nehm's zurück Typ da unten Von dem ich weiß Dass der da unten auf mich wartet Stirb Es könnte ein Sprung zu viel gewesen sein Das war auf jeden Fall nicht genau richtig Ganz und gar nicht Meine Freunde Aber Yay So Problem war Da entweicht Gas Ich müsste also erstmal herausfinden Wie ich dieses Gas deaktiviere Das muss ja irgendwo Hier oben sein praktisch Mein Leiterhochplätscher Blub Ist hier jetzt vielleicht So ein geheimer Schalter irgendwo Das würde mich auch nicht mehr wundern Diesmal speichere ich Wenn ich die Munition gesammelt habe Ich will sie nicht liegen lassen Weil ich glaube Ich könnte sie noch gebrauchen Aber Ihr wisst schon So Wie sieht's aus Da oben Das sieht mir noch Vielversprechend aus Ja Vermutlich Nur Wie soll ich da hochkommen Ist jetzt vermutlich Keine schlechte Frage Oh Gott Bitte hier runter Danke Ohne nach der Leiter zu greifen Danke Okay Ich gebe es auf Äh Aha Okay Ja gut Das Problem hätte sich dann auch erledigt Ich muss nur sagen Dass ich aufgebe Das Spiel Gibt mir dann sofort die Lösung Verdammtes Masochistenspiel Äh Okay Lara Wie wär's denn damit Wenn du jetzt da aufsteigst Irgendwie Wenn du dich da jetzt irgendwie drauf stellst Nein Nein Marco Ich kann mich erst darauf stellen Wenn ich Wenn meine Ausdauer fast weg ist Sonst wär's ja nicht Dramatisch genug Dramatisch Dramastuhl So Lara Was hast du jetzt vor Äh Probier's Probier's Ist egal Ja Probier's Ist vollkommen egal Da ist eine Leiter da hoch Das heißt Ich müsste wahrscheinlich eher Da war ich doch eben schon Das heißt Das bringt mir nichts Dass ich jetzt daran kann Da ist dieses Teil Okay Okay Jetzt steck ich wirklich fest Ausnahmsweise Weil man kommt von dieser Plattform aus Nirgendwo dran Es hat doch bestimmte Bedeutung Dass ausgerechnet hier diese Pflanzen sind Kann ich da irgendwie Ja Naja Wetten mir fehlt jetzt ein Ich bin starker Und vorher kann ich gar nicht hier hochklettern Äh Ich glaub wir müssen uns beeilen Ich glaub wir sind tot Äh ja Vielleicht drehst du dich jetzt etwas schneller Nee Wollte sie doch nicht Okay Dann nochmal Ähm Was Habt ihr den Schrei gerade auch gehört Es war Marco aus der Zukunft Er schreit vor Wut Marco aus der Vergangenheit Der Raum war doch sowas von einfach Ja es tut mir leid Ja es tut mir leid Marco aus der Zukunft Aber das weiß ich doch nicht Dann Fins raus Spast Ich rede immer so mit meinen Vergangenheits Markus Ähm Okay Das ist nicht Deslöses Rätzung Weil ansonsten Würde man halt von hier aus Irgendwo rankommen Ich kann's nochmal versuchen Aber ich vermute Dass das Ding hier Nur zur Ablenkung ist Das heißt Vermute Es ist offensichtlich eigentlich Bring's denn was Wenn ich mich jetzt In diese Richtung Drehe Wenn sie sich dreht Falls sie möchte Nee Hier ist Ende Okay Das Ding endet In jede Richtung Und zwar immer genau Kurz vor einer Plattform Wo ich landen könnte Das ist sehr hilfreich Ja Probier's nochmal Bring's sowieso nichts Hm Nee Es ist Ende Ja okay Von mir aus Wohin genau Geht die Reise Ah Du wolltest mir die Ecke zeigen Ja Wirklich eindrucksvoll Das ist ein